Ja, ich muss auch Steine klopfen. Aber wieso klopfst du die Steine im Keller? Weil ich es schön finde. Es ist halt ein Berg. Aber du kannst doch Showtech helfen. Beim Steine klopfen. Theoretisch. Okay. Ja, könnte ich. Könntest du. Der Weg nach oben ist jetzt mittlerweile schon so weit und ich habe auch sowieso keine Lampen mehr. Drück Tor F2. Alter, wo hast du dich hierhin gebaut? Ist cool, oder? Ich würde dich ja nicht mehr zurückfinden. Ja, manchmal ist es auch echt schwierig. Ja, aber. Drück doch einfach F2. Ja, stimmt. Da hast du eigentlich recht. Er cheatet. Ja, wir cheaten alle. Nein, wir cheaten nicht. Das ist ja ganz normal. Ich habe mich auch schon gewundert, warum hier das schnell Ding so ruhig ist. Charlie? Ja, aber ich habe mir gedacht, Entweder hat er einen Herzinfarkt oder er ist eingeschlafen. Jetzt ist er gerade vom Stuhl gefallen. Nein, mein Sohnemann, der hat die Tür zugemacht. Der ist in der Pubertät, da machen sie die Türen immer laut zu. Oh ja, das kenne ich. Gestern Nacht war der Freund von meiner Freundin, aber das wäre ein bisschen komisch gewesen. Der Freund von der Tochter meiner Freundin da. Und da ist er nachts nach Hause gegangen und haben sich lautstark verabschiedet. Und ich dachte, oh ey. Und ich dachte, ey, hier gibt es noch Menschen, die hier schlafen wollen. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Heute Morgen, oder heute Mittag, oder heute Nachmittagabend habe ich ihn dann gesehen und dann war er so, hallo, wie geht's? Alles gut. Ich bin jetzt am Smoker. Da musst du höher fliegen vom Smoker einfach. Noch höher? Okay. Ach, du Scheiße. Was ist denn hier los? Ja. Ja, wenn man im Keller ist, weißt du? Im Keller kriegst du nix mit. Nee, 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 das kenne ich. Na super, ey. Und ich sitze da im Keller und hacke mir da einen Wolf und hier ist das Zeug. Ja. Direkt vor mir. Ja, wir machen hier ordentlich. Also Showtech will hier eine Burg bauen für mich. Gibt es hier irgendwie eine bestimmte, oder kann ich einfach so wahllos vor mich hin hacken? Du kannst da gucken, weil du siehst ja, wo ungefähr die Platten gesetzt wurden, also die Steine gesetzt wurden. So in diesem Bereich wollen wir ungefähr hacken. Vielleicht werden wir ja noch größer mal gucken. Also man soll halt von der Burg im Prinzip runtergucken können. Das ist Rising World. Ja. Das ist das Schöne von Minecraft. Ich bin mal eben, ja, das ist mal eine Frau. Ja. Kommst du gleich. Und am Tisch sitzen. Was spielt ihr denn da? Hm? Hm? Warum laufen da nackte Frauen rum? Hm? 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 Ich bin eh die meiste Zeit am Bauen. Ich soll kurz anmängeln, dass es neue Forest-Folgen geben soll. Neue Forest-Folgen? Ja. Guckt deine Frau so gerne in The Forest? Hört sie mir so ganz zu? Ja. Wir müssen auch mal in die Höhle rein, wo die große Dings ist, wo die große Tür und so ist. Ja, dann machen wir bald eine neue Forest-Folgen. Dann machen wir bald eine neue Forest-Folge. Ja, dann musst du dir der Frau mal sagen, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit... Aber was ist denn zu viel, was da jetzt ist? Was neu ist? Ja, machen wir dann. Du musst dir der Frau mal sagen, Charlie, Charlie, Charlie. Ja? Bestell erstmal schöne Grüße von deiner Frau. Vielen Dank, dass sie so viel Zeit für dich, so viel Zeit auf dich verzichtet, damit du mit uns spielen kannst. Er finde ich geil. Das war vorhin aber anders. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, und dir auch. Verschwinde. Ich liebe dich. Ich krieg so Dröschen. Aber ich wollte nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Let's Mutiple immer. Ja, ich guck aber nur die tollen Sachen. Mein Körper? Oh, warte, ich muss was essen, sonst fällt ich hier tot um. Fällst du sowieso gleich, wenn du ins Bett gehst. Bist du totgeprügelt? Ja, mit der Zeitung, unterm Tisch. Mit der Zeitung? Ja, ja, ich kenne es mit der Zeitung. Übrigens, mit Bambussteckern geht das viel besser. Nein, die Zeitung, die musst du rollen, so in bestimmten Winkel. Aber dann, wenn er das sieht, dann rennt er schon ab unter den Tisch und schreit immer aua, aua, nicht hauen. Ja. Sehr schön. Aber mit Rollstocke ist viel besser. Da scheint einer Kenner zu sein, was? Ja. Kenner und Genießer oder so. Ne, ne, das stimmt bin ich nicht. Ja, ja. Flo, schneidest du das Saat aus? Mal gucken, was ich alles rausschneide. Da muss ich eine FSK-18-Folge machen oder so. Weiß ich noch nicht so genau. So, ich löse da meinen YouTube-Kanal wieder auf. Wieso, wenn ich ein Millionen Abonnenten habe, dann pushe ich deinen Kanal doch. Ja, welch soll ich dann für Kommentare kriege, ey? Was denn für welche? So, hey, komm, lass dich verprügeln. Charlie, du geiler Lustmolch. Ja. Ja, Molch wie Lust. Du bist böse. Oh mein Kleiner. Ja, aber meine Frau denkt genauso. Ja, das ist voll fies, ey. Jetzt geh bitte raus. Bevor noch mehr dunkle Geheimnisse dieser Ehe ins Licht kommen. Charlie, erzähl dir mal, was für ein toller Hengster er ist. Hast du das Sailly? Geh bitte. Jetzt bin ich schon rot. Du demonstierst dich gerade. Verrückst du das? Wieso Charlie erzählt immer, was für ein Hengster er ist und wie viel Power er hat. und dass du dann immer ins Koma gefügelt wirst und so. Ja. Koma bin ich, aber vorher schon. Ich fand gleich halt so weit. Komm, Manni. Ja, ich bin lieb. Ich muss jetzt hier nur bespielen. Charlie, erzähl doch mal, dass er drei Tage danach nicht mehr gehen kann. Du meinst Kacken, ich weiß nicht. Nee, Kacken nicht, nee. Ja, vor allen Dingen, weil ich bin die ganze Zeit eh am Bauen und da ging es jetzt nichts, die ganze Zeit zwischendurch zu schneiden. Ja. Ja, eh die ganze Zeit. Was baust du denn? Ach, unten das Wohnzimmer, ne? Genau. Oh, jetzt haben wir ja aber doch ganz schon, schon, schon ein ordentliches Loch. Ist ja, warum ist denn hier jetzt eine Mauer? Wo kommt denn jetzt die Mauer? Geht das jetzt hier mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, ah, mit dem Sand nicht? Ja, da, da muss auf jeden Fall noch was hin. Ja. Die Mauer war aber eben noch nicht da, oder? Ich kann hier durchs Loch schauen. Die hier, hinter uns da, also da, die hier oben. Diesen Burgwall, meinst du? Nee, hier oben, wo wir die, die, den, den Fels weggekloppt haben. Achso, ich glaube, den hat, den hat Showtech gerade gesetzt, oder? Ja. Okay, cool. Äh, die Steine, soll ich dir die unten in die Tour packen? Äh, ja, ich glaube, ich glaube, Showtech war auch noch Steine nachher. Ja, die kann ich unten reinpacken. Ups. Okay, da quasi bei den Bergbänken, ne? Ja. Ich brauche ja alle Steine dann. Ja, ich, ich hole mal meine Steine für die Mauer selber. Du willst ja aber nicht, du hast ja nicht wirklich Bäume gepflanzt, oder? Fail? Doch, die werden aber nicht größer. Echt nicht? Brauchen die nicht? Kann ich dir nicht sagen, aber allein schon, dass oben, dass, äh, das oben alles blockiert wird, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die hier wachsen. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wie Charlie aussieht, weiß ich jetzt gar nicht. Wie seine Frau aussieht, weiß ich noch nicht. Nur wie ihr Ausschnitt aussieht, habe ich gesehen. Wie er was aussieht? Ihr Ausschnitt. Hast du denn das gesehen? Auf Facebook? Da ist ein Bild. Ah, okay. Ja, ich nutze, ich nutze Facebook nicht. Dann solltest du mir das Bild mal rausnehmen. Das ist irgendwie... Weißt du, ständig kriegst du diese nervigen Anfang. Oh, willst du Candy Crush spielen? Nein! Du musst nur einmal sagen, ausblenden, dann Candy Crush Saga für immer ausblenden. Ja, das habe ich schon zweimal gemacht und trotzdem irgendwie krieg ich alle Nase lang. Und dann, oh, das ist so furchtbar. Dann kommt es ja mit jedem blöden Spiel. Ja, solche Leute habe ich zum Glück nicht auf meine Freundesliste. Ey, das ist grauenvoll. Das ist grauenvoll. Ich habe schon so oft aussortiert. Ja. Ich habe schon extra nur eine ganz, ganz, ganz kleine Freundesliste und selbst die raffen es nicht. Also ich habe mir auch scheiße in Ruhe zu lassen. Ich habe dir nie so eine Anfrage geschickt. Nee, das stimmt. Weil ich hätte so viele SEOs, also so viele aus dem Online-Marketing bei mir eine Liste davon habe. Da kann ich mir jetzt sowas nicht erlauben. Weißt du, dann würde ich einen Shitstorm loslösen. Oh ja. Ich frage, ich habe ja noch Arbeitskollegen drin. Mangellich mit mir in der Arbeit sowas machen, dann... Ja, das wäre echt blöd, ne? Sag mal, Florian, wie ist das mich gerade, dass du Candy Crush sagst? Weiß ich nicht. Das war Facebook. Ja. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ah ja. Ich habe irgendwann mal bei Spotify erst mal ausgeschaltet, dass dieses Ganze gescreent wird, was für Musik ich gerade höre. Das ist auch nervig. Oh Gott, ey. Ja, Spotify. Ja, Spotify ist so eigentlich ganz geil, aber... Ich habe jetzt gesehen, dass der neue BMW eine Spotify-Integrierung hat. Das fand ich ganz geil. Echt? Ja. Das fand ich cool. Das fand ich ja schon. Was ist eigentlich, wenn wir hier den Berg komplett bis auf die andere Seite durchgemeißelt haben? Fällt der dann runter, oder? Nein. Schwebt der in der Luft? Ja, der schwebt dann. Der schwebt dann, ja. Die Physik ist hier noch nicht so... Physikalisch. Physikalisch. Ähnlich wie bei Minecraft halt, ne? Ja. Es schwebt alles, und... Äh, lässt du dieses geile Face eigentlich in den Berg drinnen? Ja. Hast du das eigentlich schon gesehen, Flo? Ja, habe ich schon gesehen, ja. Äh, Gesicht? Wie gibt es ein Gesicht? Ja. Gut. closely.